Hallo Eier, mein Küken und David Rechert mit Kolob im Rußkanal und bei mir dazu einen kleinen Fluffing Game. Heute spielen wir zusammen Error. One Night with Uknuff. Uknuff ist mit Game Maker gemacht. Two Game. Two Game? Hä? 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 Juge? B-sch-tis? 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 E? B-sch-b-sch-tis? B-sch-tis? Ääh!? Tocsicke? Ääh! Ich kann mal zumachen. Ich- Wot is'n des für'n Schrott?! Toxic? 100%? Das ist leid. What? Was ist das für... Schlutz? Was? Man muss was zu machen. Also Leute... Hier kann ich was zu machen, oder? Was? Was macht ihr denn jetzt? Leute, das ist ja wohl der Oberstlund, oder? Also das hau ich raus in miese FNAF-Vane-Games. Aber sowas von... Das ist ja... Aber sowas von 100% pro, dass ich das in miese FNAF-Vane-Games reinmach. Das ist ja der Oberschrott hoch 10. Das ist Trash... Das ist Trash hoch 20, hoch 30. Das ist... Kamera... Was? 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 Fuhl! Leck mich doch, Alte Kap her, du... Do... Du Dreck-Spiel! Du... was bin ich denn? Dafes? Dieses Trash... Dieses... Damn Shit! Kein Mittel. Wie kann man nur solche Spiele machen? Ich mach jetzt mal die Tür zu. Richtig. Wir leben noch 2 Uhr. Kein Mensch tut was, aber er macht halt irgendwas. Ich lass mal das Licht an. Man muss draufklicken und dann geht das Licht an. Jetzt will ich das Licht an, dann seh ich wenigstens Wasser. Was zum Teufel. Und bloß nicht auf das Weiße gehen. Bloß nicht auf das... Das ist sowas von Müll. Das ist sowas von Müll. Sowas von Müll. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bleib jetzt einfach mal. Wir haben jetzt schon 4 Uhr. Vielleicht schaffen wir die eine Nacht. Nicht verzagen, Rusty-Fragen. Yeah. Really? 5 AM. Mal wieder ein Rusty-Miese-Fnappen-Games. Freu dich drauf? Das ist voll schrott. Aber was... 1000% Schrott. The crazy man called being arrested by Michael Afton. What? Ja Freunde. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ja Freunde, das war... ERAR. One Nights with UGNUF. Wie war wunderbar. Ich bin begeistert. Aber wenigstens mal wieder seit langer Zeit ein... Rusty-Miese-Fnappen-Games. Da bleibt die Serie ja mal... Am Leben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet. Beim Rusty-Kanal. Bittel wert aus dem Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und das wird auch wieder erf支ierbar. Ich habe das Video. Bis zum nächsten Mal. Und auf jeden Fall. Loser, in die Woche. Dann waren wir nicht gewohnt. Ich bin in die Kommentare. Eich gebe ich gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott.